Was ist es, dass wir uns erwarten, wenn uns ein Hersteller eine Keramikversiegelung verspricht? Naja, dann wollen wir in den meisten Fällen eine Versiegelung auf dem Auto haben, die sehr starke versiegelnde Eigenschaften mitbringt. Die stark hydrophob ist, die gute Selbstreinigungs- und Easy-to-Clean-Eigenschaften mitbringt, die vielleicht ein bisschen glanzsteigend wirkt, die vor allem aber sehr, sehr lange hält. Das Problem bei Keramikversiegelungen ist, dass den meisten von uns dann bewusst ist, dass alle Autopflegeprodukte bis zu einem gewissen Grad kompromissbehaftet sind. Und wenn wir all diese Dinge wollen, dann bedeutet das meistens einen langwierigen, einen mühsamen, einen komplizierten und einen schwierigen Auftrag. Und da ist es ja cool, wenn uns ein Hersteller verspricht, dass er uns eine echte Keramikversiegelung gibt, die aber trotzdem einfach und schnell aufzutragen ist, die die Vorteile von einer echten Keramikversiegelung mit der von einer einfach und schnell anzuwendenden Sprühversiegelung kombiniert. Genau das ist es, was Masterson's Car Care aus den USA uns hier beim Evolution Ceramic Spray Coating verspricht, nämlich bis zu einem Jahr Standzeit und trotzdem einer sehr einfachen und schnellen Anwendung. Und deswegen werden wir uns in diesem Video gemeinsam anschauen, ob diese Versprechen hier auch gehalten werden. Wir schauen uns in dem ersten Schritt mal an, was das hier ist, was es sein soll und was versprochen wird. Masterson's Evolution Ceramic Spray Coating, hier vorne auf der Flasche steht auch noch drauf auf dem Etikett. Und dann sind hier unten, lustigerweise, weil das machen die Chemical Guys auch, hier sind solche Labels drauf, die den Anschein erwecken sollen, als wäre das hier geprüft oder gelabelt oder von irgendwas. Aber da stehen einfach nur so lustige Sachen drauf wie Handcrafted in California, Made in the USA und 100% Satisfaction Guaranteed. 100% Satisfaction Guaranteed, das ist mal ein Versprechen. Gut, 16 amerikanische Flüssigunzen, das sind 473 Milliliter. Dann, hier hinten drauf, wird versprochen, dass das das nächste Level in der Lackversiegelungsgeschichte sein soll. Es wird mit Advanced, also fortschrittlicher SEO2-Technologie kreiert, um the world's ultimate spray coating zu kreieren. Also das weltbeste, ultimative Sprühcoating. Dann, dieser Punkt ist jetzt absolut wichtig, Evolution Ceramic Spray Coating delivers super hydrophobic protection. Also eine super hydrophobe Oberfläche oder einen super hydrophoben Schutz für Autos, Trucks, Motorräder, Boote, Wohnwagen und auch Flugzeuge. Das ist das, was hier versprochen wird. Und dann geht es nämlich noch weiter, es soll auch einen Schutz bis zu zwölf Monate kreieren. Im Zusammenhang mit der angegebenen Standzeit von angeblich bis zu zwölf Monaten gibt es eine Sache, an die ich mich noch sehr lebhaft erinnern kann. Nämlich, es gab zur Produkteinführung vom Evolution Ceramic Spray Coating ein E-Mail, in dem drin stand, dass dieses Produkt hier bis zu zwei Jahre halten soll. Ob jetzt damit gemeint war, dass es zwei Jahre auf dem Lack hält oder ob es bis zu zwei Jahre hier in dieser Flasche halten soll, sei mal dahingestellt. Aber wenn diese semantischen Wortspiele ernsthaft das ist, womit sich hier Mastersons rumschlagen möchte und mit dem sie uns versuchen zu verarschen, dann ist sowieso Hopfen und Malz verloren. Also es wird hier versprochen, man kann es drehen und wenden, wie man möchte, dass das ein sehr lang anhaltendes Produkt ist, was entweder ein oder sogar zwei Jahre halten soll. Es soll vor schädlichen UV-A und UV-B Strahlen schützen und es soll, das ist aber absolut typisch für amerikanische Produkte, einen Ultraschein, einen Crystal Shine, einen Crystal Gloss oder was auch immer noch erzeugen. Und es soll das Auto bei jeder Wäsche einfacher machen und es soll, das ist auch, ich glaube, wir merken langsam, wo es hingeht, es soll ein Professional Grade Ceramic Coating Technology sein. In einer einfach anzuwendenden Sprühform. Gut, wir fangen mal schon mal, bevor wir es überhaupt angewendet haben, mit ein paar Fakten an. So, hier vorne drauf steht, SIO2 Ceramic Technology. Fakt ist, das ist Fakt, das könnt ihr gerne überprüfen, SIO2 ist Quarz, ist Sand. In keinem dieser Produkte ist SIO2 drin, in keinem dieser Produkte ist Sand drin. Was hier drin sind, wenn sie tatsächlich drin sind, denn, sind keramische oder SIO2-Derivate, Silikone, Siloxane, Silazane, wie auch immer sie alle heißen. Hier ist kein SIO2 drin, aber das gilt für alle anderen auch und da muss man auch fairerweise dem Mastersons zugutehalten, dass er nicht der einzige Hersteller ist, der hier ein bisschen ungenau ist in der Beschreibung. Das hat sich leider in der Detailing-Industrie durchgesetzt. Das ist mal der erste Punkt. So, dann steht hier hinten ja auch noch was von UV-Schutz drauf. So, UV-Schutz bei solchen Produkten nachzuweisen ist extrem schwierig. Es gibt Geräte, die messen können, ob jetzt UV-Strahlen besser zu einer Oberfläche durchdringen oder nicht, je nachdem, ob sie versiegelt ist. Diese Messgeräte, die günstigen, wobei selbst die günstigen kosten schon einen Batzen Geld, sind nicht zuverlässig und die teuren schaffen es teilweise nicht, hier wirklich einen Effekt nachzuweisen, weil dieser Effekt absolut vernachlässigbar ist. Das, was eurem Auto UV-Schutz bietet, ist der Klarlack und das ist auch die Aufgabe des Klarlacks, die darunterliegenden Schichten von Lack vor UV-Strahlen zu schützen. Das Einzige, wirklich das Einzige, was einen signifikanten UV-Schutz bieten kann, aufgrund der physikalischen Eigenschaften und aufgrund der Dicke, wie es drauf liegt, ist eine Lack-Schutzfolie. Das kann das. Bei diesen Produkten hier von UV-Schutz zu sprechen, das machen die Hersteller nur, weil es niemand überprüft und niemand nachweisen kann. Das ist halt auch ein Fakt. Und damit fängt es halt schon an und dabei belässt es Mastersons dann auch nicht. All das, was wir jetzt über das Evolution Ceramic Spray Coating gesagt haben, ist leider nur die Spitze des Eisbergs und es steht halt leider absolut stellvertretend dafür, wie diese Marke und die Leute, die hinter dieser Marke stehen, operieren. Zwei Beispiele. Einerseits, hier hinten auf der Flasche steht es drauf, überall anders auf der Homepage auch, dass es die Marke Mastersons Car Care angeblich als Familienunternehmen seit 1947 gibt. Wenn man jetzt aber danach fragt oder danach sucht, gibt es keinen einzigen Hinweis, ich wiederhole, keinen einzigen Hinweis auf diese angeblich lange Unternehmensgeschichte. Keinen einzigen. Anderes Beispiel. Das Legend Paste Wax hier. Wenn ihr euch die Beschreibung, die englische Beschreibung auf der Homepage von Mastersons durchlest und dann sucht ihr mal nach der Produktbeschreibung der Wachse von Chemical Guys. Ich glaube, die hießen Core oder J97 damals. Das waren extrem teure Wachse in wunderschönen Aluminiumbehältern. Die haben über 1.000 Dollar oder 1.000 Euro gekostet. Schau dir mal die Produktbeschreibung durch. Das ist oder das war 1 zu 1 die gleiche Produktbeschreibung wie bei diesem Produkt hier. 1 zu 1. Inklusive Behauptungen wie, dass das hier das qualitativ hochwertigste Wachs der Welt ist. Inklusive der Behauptung, dass hier ein patentierter, siebenstufiger Erstellungsprozess durchgeführt wird, um es herzustellen. Und ich wiederhole es halt. Es ist halt leider absolut symptomatisch und typisch für die Marke und für die Leute hinter den Marken, wie hier versucht wird, euch zu verarschen. Aber gut, wir überprüfen mal einfach so unvoreingenommen wie möglich die Performance von dem Produkt hier. Dazu habe ich es auf meinen Mini aufgetragen. Selbstverständlich, um die Leistung von so einem Produkt hier beurteilen zu können, muss man sich ein Vergleichs- und Referenzprodukt nehmen. Jetzt bin ich mal hier nicht hingegangen und habe das Produkt oder die Produkte genommen, die wir hier auf dem Kanal gut kennen, wenn es um Sprühversiegelungen und um gut funktionierende Sprühversiegelungen geht. Wie beispielsweise die Sonax Ceramics Sprühversiegelung, Sonax BSD, das ADBL Synthetic Sprayworks und so weiter. Sondern ich habe mir gedacht, hey, das ist ein amerikanisches Produkt, das ist jetzt erstmal in unseren Breitengraden nicht unbedingt so einfach und schnell verfügbar. Dann nehmen wir doch auch ein amerikanisches Produkt, um es dagegen antreten zu lassen. Da habe ich mich für eines der in den USA bekanntesten, am einfachsten verfügbaren und vor allem auch günstigsten Produkte entschieden, was es gibt und was nachweislich auch gut funktioniert. Das Turtle Wax Seal & Shine. Das hat vor ein paar Jahren, ich glaube so 5, 6, 7 oder 8 Jahre sogar schon zurück, einen regelrechten Hype erlebt in den USA. Und das hat für Turtle Wax so ein bisschen den Weg zurück in die Detailing-Szene auch geebnet. Das hier werden wir als Vergleichsprodukt nehmen. Und an dieser Stelle können wir jetzt auch mal noch über die Preise sprechen. Das Produkt hier kostet in den USA regelmäßig unter 10 Dollar. Für, wie nachschauen, genau, gleiche Füllmenge, 473 ml. Unter 10 Dollar, 5, 6, 7 Dollar. Kriegt man auch bei Walmart, ist extrem günstig und einfach verfügbar. Das hier kostet 35 Dollar. Das ist zum aktuellen Wechselkurs, das ist jetzt gerade März 2024, das sind ungefähr 31, 32 Euro. Jetzt muss man ja hier zugutehalten, das ist jetzt nicht der höchste Preis, den wir je gesehen oder erlebt haben. Es gibt da draußen andere Produkte, die kosten auch so viel. Es gibt Produkte, die kosten sogar mehr. Und wenn die Performance hier stimmt, wenn das auch nur annähernd gehalten wird, was hier versprochen wird, dann ist das auch völlig okay. Es ist ein teures Produkt. Ich glaube auch gerade in den USA ist es ein teures Produkt. Aber wenn die Performance stimmt, kann man damit leben. Von dem her habe ich die zwei Produkte hier auf die Haube von meinem Mini aufgetragen und die Aufnahmen zeige ich euch jetzt. Vom Auftragen her habe ich es genauso gemacht, wie es Mastersons auch angibt. Man soll das Produkt hier auf einen Applikator sprühen und dann auf der zu bearbeitenden Fläche verteilen, kurz anziehen oder einwirken lassen und dann mit dem Tuch nachwischen. Eine Sache, die mir direkt aufgefallen ist beim Auftrag, ist die folgende. Mastersons selbst spricht in Videos zu diesem Produkt davon, in denen es darum geht, wie man eine Keramikversiegelung aufträgt. Und selbst in diesen Videos schon besteht Mastersons darauf, dass das hier wirklich eine Keramikversiegelung ist. Dann sagen sie oder dann reden sie etwas von einem regenbogenartigen Effekt, der auftritt und dadurch sieht man, dass das Produkt fertig ist zur Abnahme. Diesen regenbogenartigen Effekt habe ich nicht gesehen. Der ist nicht existent. Das muss man ganz klar dazu sagen. Das ist schon mal der erste Hinweis darauf, dass es schwierig werden könnte mit der Aussage, dass das hier eine echte Keramikversiegelung ist. Ich habe das Turtleworks exakt gleich aufgetragen, nämlich auch wieder auf einen Applikator aufgesprüht, verteilt und dann auspoliert. Vom Auftrag her muss ich sagen, das funktioniert extrem einfach. Man verteilt es, man lässt es kurz ablüften, man wischt nach, man merkt direkt beim Nachwischen schon, dass es eine schöne Lackglätte erzeugt. Es lässt sich auch schlierenfrei abnehmen. Also absolut easy und problemlos. Das mag jetzt nach einem positiven Punkt klingen und erst einmal objektiv betrachtet ist das auch ein positiver Punkt. Nur, wenn der Hersteller hier verspricht, dass das eine echte Keramikversiegelung ist, dann wird es an diesem Zeitpunkt jetzt, glaube ich, schon ein bisschen schwierig. Aber gut, wir lassen das einfach mal so hingestellt. Vielleicht war Masterson ja tatsächlich dazu in der Lage hier uns, wie es ja auch versprochen wird, eine Keramikversiegelung auf professionellem Niveau zu geben mit der einfachen Anwendung von der Sprühversiegelung. Wir schauen mal, ob es tatsächlich so ist. Das Turtle Wax Seal & Shine, und das ist bekannt bei diesem Produkt, das ließ sich nicht ganz so leicht auftragen. Beziehungsweise, das habe ich falsch gesagt, der Auftrag geht easy und schnell. Das Abtragen, man sollte das hier nicht zu lange auf dem Lack lassen und man merkt auch schon beim Abnehmen, das ist ein bisschen schwieriger. Da muss man auch mehr aufpassen, dass keine Schlieren zurückbleiben. Gut, ich hatte also beide Produkte hier aufgetragen und habe sie dann auch ablüften lassen. Nachdem ich die Klebebänder entfernt habe, habe ich mir auch angeschaut, ob denn irgendwo ein optischer Effekt feststellbar ist. Und da hat sich absolut klar abgezeichnet, dass das Turtle Wax Seal & Shine definitiv eine Farbaufrischung, eine Lackabdunkelung erzeugt hat, währenddem das Mastersons Evolution Ceramic Spray Coating keinen sichtbaren Effekt erzeugt hat. Das muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass hier keine effektive Glanzsteigerung stattgefunden hat. Der Lack auf dem Mini ist in einem relativ guten Zustand. Der wurde vor eineinhalb Jahren einmal komplett poliert. Von dem her, das ist halt schwierig nachzuweisen. Und meine persönliche Meinung zu Glanzmessgeräten ist auch, das ist keine verlässliche Aussage, wenn ich jetzt ein Glanzmessgerät auf diese Lackfläche drauf gehalten hätte, denn Glanzmessgeräte sind keine standardisierten Geräte. Wenn ich fünf verschiedene Glanzmessgeräte nehme von verschiedenen Herstellern, habe ich schon mal fünf verschiedene Messwerte. Wenn ich das gleiche Messgerät nehme und die Resultate von so einem Produkt auf fünf verschiedenen Lacken untersuche, habe ich wieder fünf verschiedene Messwerte. Von dem her, Glanzmessgeräte erzeugen für mich persönlich den Eindruck von der Scheinwissenschaft und deswegen mache ich sowas in diesen Videos auch nicht. Aber Farbauffrischung oder Abdunkelung hat hier das Seal & Shine von Turtle White deutlich mehr erzeugt als das Mastersons Evolution Ceramic Spray Coating. Randbemerkung, ich habe mir mal auf der Webseite von Mastersons Car Care das Sicherheitsdatenblatt von dem Produkt hier angeguckt und da muss man lobend an dieser Stelle erwähnen, die Sicherheitsdatenblätter zu den Produkten sind alle online verfügbar, die kann man frei runterladen. Was mir aber dort aufgefallen ist, ist das folgende. Die Angaben der kennzeichnungspflichtigen Inhaltsstoffe, die dort gemacht werden, sind lustigerweise absolut identisch über alle Versiegelungsprodukte der ganzen Marke hinweg. Alle Quick Detailer, alle Wachse, bis aufs pastöse Wachs, alle Sprühversiegelungen, egal ob es jetzt hier das Ceramic Spray Coating oder der hat noch eine Ceramic Spray Sealant ist, egal ob es jetzt die flüssige Polymerversiegelung ist, bei allen Produkten stehen die identischen Inhaltsstoffe da. Was bei mir jetzt die Frage aufwirft, sind das am Ende des Tages alles die gleichen Produkte und sie werden einfach nur anders genannt, was ein absoluter Skandal wäre oder sind die Sicherheitsdatenblätter vielleicht falsch und hier wird einfach nur ein Sicherheitsdatenblatt genommen, es wird ein anderer Produktname eingesetzt und das war es, was auch nicht ganz ideal wäre. Also alleine schon dieser Umstand bei den Sicherheitsdatenblättern wirft bei mir massive Zweifel auf. Beide Produkte hatten dann einen ganzen Tag lang Zeit, um wirklich komplett abzulüften, auszureagieren, auszuhärten, falls denn hier eine Aushärtung stattfindet und danach habe ich mal Wasser auf die Flächen gesprüht, um einfach mal die initiale Hydrophobie bei einem leichten Sprühnebel mir anzuschauen. Diese Bilder zeige ich euch jetzt. Und man sieht hier eindeutig, beide Produkte haben etwas auf dem Lack gemacht. Man kann also schon mal nicht sagen, dass das Mastersons hier gar nichts auf dem Lack macht, denn bei diesem leichten Sprühnebel mit Wasser zeichnen sich die Vierecke, in denen ich die Produkte aufgetragen habe, absolut deutlich ab. In dem nächsten Schritt bin ich dann hingegangen und habe mit ein bisschen mehr Wasserdruck auf diese Flächen drauf gesprüht und da seht ihr jetzt aber schon einen deutlichen Unterschied. Man sieht immer noch, dass das Mastersons eine, ich würde sagen, eine Hydrophobiesteigerung gegenüber der unbehandelten Fläche erzeugt hat. Definitiv, das kann man so sagen. Nur, man sieht jetzt schon mit diesem ganz leichten Wasserstrahl, dass wenn das Wasser auf die Oberfläche auftritt, dass man eine Lachenbildung feststellen kann. Und man sieht auch, dass der Tropfenwinkel jetzt nicht der höchste ist, den wir jemals gesehen haben. Im Vergleich dazu muss man sagen, dass Turtle Wax Seal & Chinese jetzt auch nicht das hydrophobste Produkt, das wir jemals gesehen haben, aber das erzeugt einen deutlich besseren Effekt als das Mastersons. Und es wird bereits an dieser Stelle sehr, sehr schwierig mit der Behauptung von Mastersons, dass dieses Produkt hier eine super hydrophobe Oberfläche erzeugen soll. Man kann an dieser Stelle auch festhalten, ich war vor kurzem im Labor von Dr. Wack und hatte dort eine solche Lackplatte hier dabei, auf der ich 50 verschiedene Sprühwachs- und Sprühversiegelungen aufgetragen hatte. Und wir haben uns im Labor unter anderem angeschaut, wie ist denn die Glanzsteigerung, wie ist die Farberfrischung und wie ist der Tropfenwinkel von diesen Produkten hier. Das Mastersons war hier dabei. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, verlinke ich es euch hier oben, dann könnt ihr es euch im Detail anschauen. Die Kurzfassung ist, das Mastersons war das Produkt aus allen 50 Produkten, das sogar gegenüber der unbehandelten Fläche eine Reduktion der Hydrophobie erzeugt hat. Was halt auch schon wieder sehr, sehr, sehr spannend ist. Aber wir bleiben immer noch unvoreingenommen. Ich bin dann noch an die SB-Box gefahren und habe dort dann mal mit mehr Wasser, mit einem stärkeren Druck, nämlich dem Hochdruckreiniger, auf die Fläche drauf gehalten. Das schauen wir uns jetzt an. Und wir sehen hier jetzt exakt das gleiche Ergebnis. Natürlich einfach nochmal potenziert, wie wir vorher schon beim Wasserstrahl aus der Wasserflasche gesehen haben. Nämlich, dass auf der Seite von Mastersons links eine deutliche Wasserlachenbildung stattfindet. Man kann jetzt hier nicht mal mehr von Abperlverhalten sprechen. Die Fläche wird komplett mit Wasser zugesetzt. Ja, das Wasser fließt dann dort ab und es fließt auch in einem Viereck ab. Also man sieht immer noch das, was drauf ist. Aber es ist nicht mal annähernd so hydrophob, wie auf der Seite vom Turtle Wax, wo man ganz klar sieht, dass immer noch eine Tropfenbildung stattfindet. Das war also der Ausgangszustand. So, und dann war mein eigentlicher Plan, dass ich mal schaue, wie oft kann ich oder muss ich über diese Fläche drüber waschen, bis wir eine Veränderung der Hydrophobie feststellen. Denn, also ich meine nochmal, ich gehe ja nicht davon aus, dass ich belogen werde, dass ich wissentlich und willentlich belogen werde, sondern, wenn mir hier ein Hersteller sagt, das ist eine keramische Versiegelung oder eine Keramikversiegelung oder eine keramische Sprühversiegelung, dann erwarte ich schon, dass das ein paar Waschzyklen standhält. Ich habe auch das Auto-Shampoo von Mastersons selbst, das Mystic Blue heißt es, glaube ich, verwendet und habe damit einmal über die Fläche drüber gewaschen. Und dann schaut euch jetzt mal die Ergebnisse von diesem einen Waschgang an. Und jetzt muss man hier bereits sagen, das Mastersons Mystic Blue ist ein Snowform-Unten-Auto-Shampoo in einem, hat auch wunderschön gegleitet, bringt einen absolut betörenden, marzipanähnlichen Duft mit sich, ein tolles Shampoo, muss ich sagen, gefällt mir gut. Aber es ist laut der Aussage von Mastersons absolut sicher für jede Form von Wachsversiegelung oder auch Keramikversiegelung. Und was wir jetzt beim Abspülen vom Shampoo sehen ist, ich kann es nicht in andere Worte fassen. Es ist absolut erschreckend. Ich bin wirklich an dieser SB-Box gestanden und konnte meinen Augen nicht trauen. Nach einem einzigen Waschdurchgang mit einem sanften und angeblich sicheren Shampoo für Versiegelungen. Und ich meine, man sieht ja auf der Seite vom Turtle Wax, das ist immer noch da. Das perlt immer noch. Auch das wurde leicht schon angegriffen, aber es perlt noch. Das Mastersons war komplett weg. Man hat nicht mehr gesehen, dass sich ein Rechteck oder ein Viereck abzeichnet. Es war nach einem einzigen Waschdurchgang weg. Und ich meine, Sebastian und ich machen diese Tests ja jetzt schon eine Zeit lang. Und das war das erschreckendste Ergebnis, was ich jemals gesehen habe. Wir hatten schon wirklich schlechte Produkte bei uns im Test. Ich erinnere ans Shine Armor. Ich erinnere an den Platinum Amazing Foam. Ich erinnere an bestimmte Wachse von Swiss Wax. Aber das, was ich hier gesehen habe, nach einer einzigen Wäsche, dass das komplett runtergewaschen ist, war wirklich, wirklich, wirklich erschreckend. Und man kann es nicht anders sagen, einfach nur schlecht. Der Vollständigkeit halber, vielmehr aber der Transparenz halber, muss ich an dieser Stelle jetzt noch einen wichtigen Einschub machen. Ich war von Anfang an skeptisch gegenüber den Versprechungen, die hier gemacht werden. Es ist halt nun mal so, wir bringen ja auf diesem Kanal hier mindestens ein Video pro Tag. Sebastian und ich testen Hunderte, wenn es nicht mittlerweile sogar Tausende von Produkten sind. Und mit der Zeit entwickelt man ein Gefühl dafür, was Produkte können und was sie nicht können. Denn der Chemie und der Physik sind einfach gewisse Grenzen gesetzt. Und wenn man halt hier schon sieht, dass das hier in einer Sprühflasche daherkommt, mit einem Sprühkopf, und es ist entweder wasserbasiert, wovon ich ausgehe, oder es ist im besten Fall Lösermittel basiert, dann weiß man auch schon, dass das hier schlichtweg nicht das Gleiche sein kann, wie so eine Keramikversiegelung, die in so einer Glasflasche daherkommt. Ich war von Anfang an skeptisch. Und in einer englischsprachigen Facebook-Gruppe gab es dann von Greg Mastersons, das ist der Kerl, der hinter dieser Marke steckt, das ist der, der früher in den Chemical Guys Videos zu sehen war. Er war also früher bei den Chemical Guys. Dort ist er dann weggegangen und hat dann eben diese eigene Marke gegründet. Dann gab es einen Post zu diesem Produkt. Und dann habe ich ein paar kritische Rückfragen gestellt. Unter anderem, wie kann denn dieses Produkt hier jetzt das Gleiche sein, wie ein Professional Grade Ceramic Coding? Das ging dann ein bisschen hin und her und ab irgendeinem Punkt hat mich dann Greg gefragt, hey, hast du das Produkt denn? Hast du das Produkt denn auch schon selbst angewendet oder redest du hier nur hypothetisch? Und ich habe gesagt, ja, ich habe es. Und dann, dann hat er in seinem System nachgeschaut und hat mir gesagt, nein, du hast das nicht gekauft. Dann habe ich ihm die Quittung von der Bestellung, die ich selbst ausgelöst habe, in meinem Namen habe ich ihm gepostet und habe gesagt, hier, da ist die Rechnung. Und dann ist er hingegangen und hat behauptet, dass das Produkt gar nie bezahlt wurde. Dann habe ich ihm die Quittung von meinem PayPal-Account gepostet und dann ist er hingegangen und hat gesagt, ich sei ein Betrüger, ich hätte das Produkt gar nicht, ich hätte es nie bezahlt und hat mich blockiert. So viel dazu. Und ich wollte euch und ich muss euch diese Geschichte auch noch darlegen, denn so könnt ihr jetzt selbst entscheiden, ob dieses ganze Video hier wirklich unvoreingenommen ist, ob es vielleicht eine persönliche Rachreaktion meinerseits ist, kann ich euch sagen, ist es nicht. Wir haben das Produkt einfach nur objektiv getestet und vor allem könnt ihr so ein bisschen besser auch für euch beurteilen, wie der Hersteller und wie die Personen dieses Herstellers hier ticken, wie sie sich verhalten. Und deswegen dieser Einschub hier noch. Um das jetzt also zu testen, ob das hier denn jetzt wirklich eine echte Keramikversiegelung ist, wie der Hersteller sagt und ob es wirklich besser ist als das Chien Moos Evo, habe ich mir jetzt nochmal eine Lackplatte geschnappt, denn auf der kann ich das Ganze jetzt wirklich unter idealen Bedingungen testen. Ich werde die ganze Platte polieren. Ich verwende dazu die Labo-Kosmetika-Polituren, Audace und Leale, also zuerst mal Cut mit Mikrofaser, dann Finish mit einem Swisa Thermopad, dem Roten. Dann werde ich die Oberfläche entfetten mit Veritas. Veritas. Ihr seht, was ich da gemacht habe. Und dann trage ich hier die beiden Versiegelungen auf und dann lasse ich sie auch eine ganze Woche lang aushärten. Ne, zwei Wochen. Ich glaube, Chien sagt nach wie vor, dass das Moos oder ihre Keramiken generell idealerweise zwei Wochen lang nicht gewaschen werden. Dann lasse ich das zwei Wochen in Ruhe. Die Platte liegt dann auch hier unten bei mir im Keller. Das heißt, ideale Bedingungen. Es wird nicht feucht, es wird nicht kalt. Und danach können wir diese Lackplatte mal zusätzlich belasten und einfach schauen, was passiert. Wie ihr gerade gesehen habt, habe ich jetzt für den Auftrag zwei wirklich frische Suedertücher verwendet. Warum? Weil wir ja so nochmal ein weiteres Indiz haben, ob das jetzt hier wirklich eine Keramik ist oder nicht. Weil wenn es eine Keramik ist, dann würde das ja hier in irgendeiner Form aushärten oder zumindest ein bisschen weniger flexibel werden. Weil wir werden das ja dann im direkten Vergleich mit dem Chien Moos sehen. Weil beim Chien Moos weiß ich bereits und wahrscheinlich wissen das viele von euch auch bereits, dass hier dann auch tatsächlich etwas hart wird im Tuch. Ihr habt auch gesehen, ich habe viel zu viel vom Chien Moos hier für diese kleine Fläche verwendet. Das habe ich aber getan, damit hier auch genug im Tuch drin ist. Wenn ich nur ein paar Tropfen hier verteile, naja, dann logisch ist nicht genug hier im Tuch drin, damit etwas hart wird. Und wir wollen ja simulieren, was passieren würde, wenn ihr ein ganzes Auto mit so einem Tuch dann versiegelt. Von dem her, ja, habt ihr das jetzt gesehen? Und diese Fläche kann jetzt hier zwei Wochen in aller Ruhe aushärten. Und danach schauen wir uns mal an, was hier passiert. Eine Ewigkeit später. So, beide Versiegelungen hatten jetzt zwei Wochen Zeit, hier komplett im Keller bei mir auszureagieren und auszuhärten. Und jetzt werden wir mal schauen, ob wir die Resultate, die wir ja schon auf dem Lack von meinem Mini gesehen haben, hier, ob sie sich hier wiederholen. Wir starten wieder mit einem leichten Wasserstrahl aus der Sprühflasche. Und wie schon auf der Haube vom Mini sehen wir, beide Produkte erzeugen eine initiale Hydrophobie. Man sieht die Rechtecke ganz klar. Von dem her, bei einem leichten Wassernebel machen beide was. Ich glaube, spätestens jetzt sollte jedem klar sein, welches Produkt wo ist. Master Sons, G&Mose. Wir sehen jetzt absolut klar und eindeutig, dass wir hier eben, schaut mal, haben wir eine Wasserlachenbildung. Und hier haben wir keine Wasserlachenbildung, sondern das Wasser fließt sofort in Perlen ab. Es entsteht gar keine Wasserlache. So, und jetzt schauen wir uns jetzt mal an, wie es aussieht, wenn wir mit noch mehr Wasser drauf gehen. Ja, und ich glaube, dazu muss man nicht mehr viel sagen. Ich werde jetzt, wie vorher auch schon am Mini, den Mystic Snow Foam verwenden von Master Sons. Hier einmal drüber waschen und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Ja, gleiche Sons, G&Mose. Ja, gleiches Ergebnis. Und eine ganz wichtige Sache. Diese Fläche, diese Fläche hier wurde mit dem Master Sons behandelt. Hier war nichts drauf, hier auch nicht, hier oben auch nicht. Wir haben exakt das gleiche Wasserverhalten. Egal, egal ob wir uns jetzt das hier anschauen oder das hier oder das hier oder das oder das. Das ist das Abperlverhalten, was wir von einem normalen polierten Lack haben. Auch hier wieder eine einzige Wäsche mit dem Shampoo hat es komplett entfernt. Und einfach, um es noch zu verdeutlichen, was hier die Unterschiede sind, werde ich jetzt zuerst mal mit dem Stiena Gloss First auf diese Fläche sprühen. Extrem stark alkalischer Vorreiniger. Werde danach abspülen. Und wenn wir dann immer noch was sehen, werde ich noch den Kochemid Green Star, ein starker alkalischer Allzweckreiniger, unverdünnt, pur, ebenfalls noch hier aufsprühen. Und dann schauen wir mal, wie sich das hier verhält. Und dann schauen wir mal, wie sich das hier verhält. Naja, ich weiß nicht, was ich euch sonst noch hier sagen könnte. Wir haben klar gesehen, die Resultate, die wir am Mini gesehen haben, wurden bestätigt. Sie wurden nochmal verstärkt. Mir ist absolut klar, dass der Begriff Ceramic Coating oder Ceramic Spray Coating nicht geschützt ist. Es gibt keinen Verband. Es gibt keine Regierungs- oder Nichtregierungsorganisation im Bereich der Autopflege, die irgendwie festlegen, definieren, kontrollieren oder durchsetzen würde, wie Autopflegemittelhersteller ihre Produkte nennen dürfen. Aber es gibt einen riesengroßen Unterschied zwischen, ich nenne mein Produkt Ceramic Spray Coating oder Ceramic Coating und gehe sogar noch einen Schritt weiter und behaupte felsenfest, dass mein Produkt eine Keramikversiegelung oder sogar eine bessere Keramikversiegelung ist als beispielsweise ein Jianmos Evo. Wir haben sowas von absolut klar und eindeutig gesehen, dass die billige chinesische Kopie, wie Greg sie halt genannt hat, das Jianmos Evo, hier alles durchgehalten hat, was wir darauf geschmissen haben. Handwäsche, starke alkalische, Altsweckreiniger, starke alkalische Vorreiniger. Das interessiert das Mos Evo nicht, weil das ist für mich die Definition von einer Keramikversiegelung. Und das ist das, was eine Keramikversiegelung unter anderem können muss. Chemische Einflüsse, Wascheinflüsse sind ihr nahezu egal. Natürlich, es wird Keramikversiegelungen geben, die wären jetzt schon deutlich mehr angegriffen und beleidigt, als es das Jianmos Evo ist. Fakt ist aber, Greg hat ausdrücklich gesagt, dass das Jianmos Evo eine billige chinesische Kopie von irgendwas ist und dass sein Produkt besser ist. Was er genau damit meint, wenn er sagt, es ist besser, kann ich auf Basis der Ergebnisse hier beim besten Willen nicht sagen. Mir ist dabei absolut klar, dass Mastersons nicht der einzige Hersteller ist, der sein Produkt ein Ceramic Spray Coating nennt und damit den Anschein erwecken möchte, dass es eine Keramikversiegelung ist. Solax beispielsweise nennt die Ceramic Spray Versiegelung im Englischen das Ceramic Spray Coating. Und hier bei uns in der Schweiz wird das beispielsweise auch als Ceramic Spray Coating verkauft. Also auch Solax gibt dem hier so einen Namen. Auch Turtle Wax gibt dem Produkt hier den Namen Hybrid Solutions Ceramic Spray Coating, während dem Maguire's hier für mich persönlich ein bisschen fairer ist. Sie haben das Ding hier, das Hybrid Ceramic Wax genannt, also ein Sprühwachs. Und am Ende des Tages ist es halt so, egal welchen Hersteller wir uns anschauen, das sind Sprühversiegelungen, das sind keine Keramikversiegelungen. Nur der entscheidende Unterschied ist, dass weder Solax noch Turtle Wax in den Produktbeschreibungen, in den Videos irgendwas davon euch versuchen zu erzählen, dass das hier ein Professional Grade Ceramic Coating ist. Und dass auch die Personen, die hinter diesen Marken stehen, nicht hergehen und euch versuchen zu sagen, dass das hier etwas Ähnliches, etwas Gleiches oder sogar etwas Besseres ist als eine Keramikversiegelung. So, ich habe jetzt hier noch die Suede Tücher, wie vorher schon gesagt, die ich zum Auftrag verwendet habe. Und wir sehen hier beim Gianmos Evo, es ist immer schwierig auf Kamera zu zeigen, aber ich glaube, man sieht es bereits. Seht ihr, wie das zurückspringt? Also da hat schon, wie kann ich euch das zeigen? Wartet mal einen Moment. So, ja, ich glaube, jetzt sieht man es gut, oder? Da hat eine Verhärtung stattgefunden. Seht ihr, wie das aufspringt? Das ist das, was eine Keramikversiegelung machen sollte, wobei das Gianmos Evo jetzt nicht das Coating mit der größten Härte ist. So, und jetzt hier im Vergleich dazu. Seht ihr, wie sich das falten lässt? Seht ihr, wie sich das hier komplett, Moment, komplett in sich zusammensackt? Da ist nichts ausgehärtet. Also das heißt schon, alleine hier von den Zoetetüchern her ist es schwierig zu sagen, dass das hier das Gleiche ist wie das da. Kommen wir also zum Fazit vom Mastersons Evolution Ceramic Spray Coating. Ich bin normalerweise vorsichtiger, wenn ich so ein Fazit formuliere, denn man muss schon ein bisschen aufpassen, wie man die Dinge ausspricht und wie man sie formuliert, denn im schlimmsten Fall kann es sein, dass so ein Hersteller einen dann verklagt, weil man gewisse Dinge gesagt hat. Ich werde es jetzt aber hier in diesem Fazit so absolut klar und deutlich wie irgendwie nur möglich sagen. Was hier mit diesem Produkt aus meiner persönlichen Sicht passiert ist, es wird gelogen. Es ist Konsumententäuschung, es ist Verarschung und ich persönlich glaube auch, das wird willentlich gemacht. Es wird euch hier versucht zu sagen, dass das eine echte Keramikversiegelung ist. Es wird euch hier versucht zu sagen, dass das hier sogar besser als eine echte Keramikversiegelung ist. Und das ist aus meiner persönlichen Sicht absoluter Quatsch. Wie gesagt, ich halte es für Täuschung, ich halte es für gelogen, ich halte es für eine Verarsche. Das ist am Ende des Tages wahrscheinlich ein wasserbasierter Quick Detail, eine Sprühversiegelung oder ein Sprühwachs, bei dem versucht wird es euch als Keramikversiegelung zu verkaufen. Mehr ist es nicht. Wir haben im ganzen Video gesehen und egal auf welcher Testfläche auch gesehen, dass die Hydrophobie absolut katastrophal ist, die ist wirklich schlecht. Und zwar egal, ob man es mit anderen Keramikversiegelungen, mit Sprühversiegelungen, mit Wachsen oder irgendwas anderem vergleicht. Wir haben gesehen, dass die Standzeit nicht existent ist. Wir haben gesehen, dass die chemische Resistenz nicht gegeben ist. Hier ist nichts von der reinen Produktperformance her, was es irgendwie rechtfertigen würde, zu behaupten, dass das hier was Ähnliches oder was Besseres oder was Gleiches ist wie eine echte Keramikversiegelung, die in so einer Glasflasche daherkommt. Das, was mich in dieser ganzen Geschichte am meisten stört, ist, ich wiederhole es gerne nochmal, für mich ist das Verarsche, ist das Täuschung, ist das Konsumentenbetrug. Aber es ist nicht mal guter Konsumentenbetrug, weil es gibt ja die Möglichkeit, eine Sprühversiegelung oder ein Sprühwachs extrem hydrophob und auch vergleichsweise langanhaltend zu machen. Sonax hat es bewiesen, Turtle Wax hat es bewiesen, ADBL kann es, viele andere Hersteller können es auch. Warum gibt uns Mastersons denn nicht wenigstens sowas, wenigstens eine Sprühversiegelung, die extrem hydrophob ist und die einigermaßen lange hält, weil es ist ja möglich. Das, was mich hier so stört, ist, dass auf eine absolut erschreckende, haarsträubende Art und Weise versucht wird, euch ein unglaublich schlechtes Produkt als Keramikversiegelung zu verkaufen. Das ist es, was mich hier so stört. Wieso stellt man sich denn hier als Hersteller, als Marke nicht wenigstens ein bisschen klüger an, in dem Versuch, euch zu bescheißen und zu betrügen? Das ist das, was ich hier nicht verstehe. Jetzt sagt ihr euch an dieser Stelle vielleicht, Andreas, das ist alles ein bisschen hart. Und bis zu einem gewissen Grad muss ich sagen, vielleicht habt ihr auch recht. Nur, ich glaube halt persönlich, der ganzen Detailing-Industrie ist nicht geholfen, wenn wir gewisse Dinge nicht einfach offen und ehrlich und direkt ansprechen. Es ist niemandem geholfen, wenn wir Hersteller oder Marken rumlaufen lassen, die euch solche Produkte hier für einen völlig überzogenen Preis an die Hand geben und euch Dinge versprechen, die schlichtweg nicht wahr sind. Ob es jetzt gelogen ist, ob es jetzt eine bewusste Täuschung ist und so weiter, das ist meine persönliche Meinung und ich glaube, die darf ich auch äußern. Nur, nochmal, es hilft niemandem. Die Detailing-Industrie als Ganze wird nicht vorangebracht, wenn es solche Mittel und solche Produkte hier gibt und wenn es eben solche Versprechen hier gibt. Weil es gibt genug andere Marken, die sind fair, die sind vom Preis her fair, die versprechen in Bezug auf ihre Produkte nichts, was sie nicht halten können. Und dann finde ich, genauso wie wir die loben können, müssen wir auch solche Marken, solche Produkte und solche Hersteller hier rügen dürfen. Von dem her, absolutes Nein. Ich kann, ich will und ich werde euch dieses Produkt hier nicht empfehlen. Und ich persönlich finde auch, dass hier hätte die goldene Himbeere verdient oder eine Auszeichnung für die größte Verarsche des Jahres, weil, ganz ehrlich, ich halte es für katastrophal, ich halte es für unter aller Sau und es ist für mich ein absolut klassisches Beispiel für fehlende Integrität in der Autopflege in Bezug aufs Marketing, in Bezug auf Produktversprechen. Lasst die Finger davon. Holt es euch nicht, ich werde es euch nicht empfehlen. Wenn man jetzt an dieser Stelle nochmal alles eigentlich weglässt, was ich vorher gesagt habe, also der Umstand, dass das hier eine Keramikversiegelung genannt wird, obwohl es keine ist, der Umstand, wie man hier als kritischer Tester oder Anwender oder Käufer von den Personen der Marke behandelt wird, der Umstand mit den Sicherheitsdatenblättern, wenn man all das mal ausklammert, uns einfach wirklich nur objektiv betrachtet, dann muss man es wie folgt formulieren. Dieses Produkt hier lässt sich extrem einfach und schnell auftragen. Es erzeugt eine schöne Lackglätte, aber das war's. Mehr kann man und darf man von diesem Produkt hier nicht erwarten. Die Standzeit ist unterirdisch schlecht, die Hydrophobie ist unterirdisch schlecht und es kostet ein Schweinegeld. Und von dem her, einfach wirklich objektiv betrachtet, muss man sagen, nein, das kann ich euch und das werde ich euch und das will ich euch nicht empfehlen, weil es einfach nur ein schlechtes, ein richtig schlechtes Produkt zu einem völlig überzogenen Preis ist. Wenn das Video für euch hilfreich, aufschlussreich, spannend und interessant war, würde es uns sehr freuen, wenn ihr es einen Daumen nach oben da lasst. Unterstützt den Kanal auch gerne mit einem kostenlosen Abo und schaltet zum nächsten Video wieder ein. Servus!